hallo liebe leute heute möchte ich euch mal die türverriegelung zeigen ich will mich unterwegs ein dass es die ja auch noch gibt und zwar ist die ganz einfach die ist hier auch in der tür und zwar hier vorne der der erste knopf den drücken knackt kurz ich mache es noch mal habt ihr gehört dann ist die tür von außen nicht mehr gleichzeitig wird es aber hier in der anzeige auch gezeigt dass die tür verschlossen ist jetzt mache ich mal die tür noch mal auf und dann seht ihr dass das symbol ausgegangen ist die tür bekommt man natürlich jederzeit von ihm auf ist klar da ist übrigens ja ok keine zündung an es geht jetzt auch der spiegel hoch kommt man hier von außen hoffe man sieht nicht auf aber von innen natürlich jederzeit und wenn man die entriegeln will muss man hier unten die taste drücken und dann geht es auch wieder von außen auf